Hey, schön, dass du wieder mit am Start bist heute. Heute will ich dir mal was erzählen von dem, was mich neulich wirklich nachdenklich gemacht hat, weil ich gemerkt habe im Gespräch mit Leuten, die Gott nicht kennen und nichts mit Gott anfangen können, was für falsches Verständnis da oft da ist. Und zwar kommt immer wieder dieses Denken durch, ja Gott ist ja so ein Spielverderber und Gott geht es nur um Regeln und muss man das machen und das muss man machen und irgendwelche Pflichten, die man hat und so weiter. Und da habe ich gemerkt, also das ist eigentlich gar nicht der Gott, den ich kennengelernt habe. Ich will dir mal eine Sache vorlesen, die Gott einmal selber gesagt hat zu uns Menschen. Das steht im 2. Korinther, das ist irgendwo da im Neuen Testament, ziemlich weit hinten, 2. Korinther Kapitel 9 Vers 7. Und da sagt Gott über das Geben, also das kann Geld sein, das kann Zeit sein, irgendwas zu investieren einfach. Da sagt Gott, jeder gebe, wer er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Und dann sagt Gott selber, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also Gott sagt nicht, ey, du musst einfach was geben, du musst Kirchensteuer zahlen oder was auch immer. Sondern Gott sagt ganz einfach, du, gib das, was du dir in deinem Herzen vorgenommen hast, weil einen, der fröhlich gibt, den habe ich total gern. Und ich habe einen Freund, der ist ein wahnsinnig großzügiger Geber, der gibt total gerne und der merkt einfach, wie er dadurch aufblüht und wie ihn das freut. Und seine Frau sagt immer zu ihm, du, wir werden zwar nie reich, aber dafür glücklich. Und ich glaube, das ist es. Wenn man von Herzen gerne gibt, wird man selber dabei am meisten beschenkt. Habe ich schon so oft erlebt in meinem Leben. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob du weißt, wo du was hingeben könntest. Und weißt du, dabei ist völlig egal, ob das 1 Euro ist oder ob es 5 Euro sind oder ob es 50 Euro sind, weil nach oben sind da keine Grenzen gesetzt. Letztendlich ist wichtig, dass es wirklich vom Herzen kommt. Und falls du keine Ahnung hast, wem du was geben könntest oder wo es Sinn machen würde, was hinzugeben, du, ich will dir einen Vorschlag machen. Wir sind gerade dran an so einer riesigen digitalen Plattform. Credle nennt die sich. Und da gehen jetzt im April drei Plattformen live. Eine, die heißt Credle Rocks. Da kannst du super geniale Antworten finden in Bezug auf alle möglichen Fragen, die über Google gestellt werden zu Jesus Christus. Das zweite ist Credle Words. Credle Words ist ein Connector zu einem Bibelserver, der dann auch themenbezogen antwortet und Antworten gibt. Super cool mit der Basisbibel von der Deutschen Bibelgesellschaft einfach zu verstehen. Und das dritte, was angebunden wird, ist Credle Maps. Das ist die dritte Plattform. Das ist eigentlich so auf Google-Kartenbasis basierender Connector zu Menschen, die Christen sind, in deinem Umfeld. Das kann eine Kirche sein, das kann eine Gemeinde sein, das kann eine Kleingruppe sein, eine Jugendgruppe, eine Sportgruppe oder auch vielleicht ein einzelner Christ, mit dem man ins Gespräch kommen kann über Jesus. Und da ist wirklich gerade total hilfreich, wenn Menschen sagen, hey, ich würde gern was geben, keine Ahnung wohin, aber da kannst rein investieren. Das ist ein super gutes Unterfangen, das für ganz, ganz viele Menschen zum Segen werden wird. Also denk einfach dran. Gott sagt nicht, du musst was geben, sondern Gott sagt, einen fröhlichen Geber, den habe ich gern. Und deswegen ist es völlig egal, ob du ein Euro von Herzen gibst oder zehn Euro von Herzen gibst oder 5.000 Euro von Herzen gibst. Das kommt auf deine Herzenshaltung an. Und wenn du nach einer Möglichkeit suchst, was zu geben, da kann ich dir nur Mut machen, hey, investier in Credle, damit Jesus bekannt wird für alle Menschen. Mach's gut, hey, und wenn du mehr Input und Inspiration brauchst, kannst du gern auf meinen Insta-Kanal gehen oder Facebook, Spotify natürlich und so weiter. Hey, mach's gut und bis bald wieder. Ciao.